und der Weg aber happy da Ach, gib mal, jetzt ist doch das, ne jedenfalls, das ist gut das sind jetzt schon wir das ist mir jetzt wurscht, ne also erstmal schön guten Morgen, das ist echt, Ashley Ashley will mich ärgern oh, wer ist denn da? Haha, ich bin Jenny wir haben gerade frühstückt oh, natürlich, da seht ihr Terroristen war am Werk Kristall ist umgeschmissen zwar nicht runter mein Brandenburger Tor mein Brandenburger Tor ist auch noch da oh, wie bledig hey, kipp mal nochmal ja, oh, warte jetzt nicht, was die hat jetzt und wo spinnt die jetzt und da ist meine Jenny kann man jetzt, ja da, ey, Süße jetzt sag mal guten Morgen okay, Marc, guten Morgen an alle bin mal spannend heute, ja Frau Kapelle und so und wie schnell ich hier zur neuen Wohnung komme ein bisschen wird es ja wohl noch dauern ich meine, heute geht es ja erstmal darum dass ich überhaupt einen Einzelfallhelfer gestellt kriege also das Beste wäre natürlich die würde ich mir den dann gleich vorstellen den neuen Einzelfallhelfer der mir helfen soll das war mir zu helfen aber okay ich bin ja da ich sag mal so ich bin offen vielleicht kann der ja ich weiß ja nicht ob Mann oder Frau ich weiß nicht was ich vorgesetzt kriege als Helfer meine ich also bei schönen Frauen haben haben die natürlich mehr Chancen da die Leute vor der Züge aber oder auch nicht ich kenne mal eins davon ab ja aber ja ich warte jetzt mal ab ich bin gespannt ach schön für mich ist das immer wie ein Abenteuer das war das war auch also für mich ist das Leben eh ein Abenteuer Abenteuer, Urlaub also alles was schön ist das hat nicht wahr so läuft mein Leben ab oh ich muss mich rasieren sehe ich gerade iiii ach ja mal gucken wie ich so abjähden wenn Glück habe fahre ich vielleicht heute nach Berlin muss ich mal kicken zwar nicht lange aber mal sehen Berlin Berlin okay ciao